Hey, Billy Jack, wow, mit dir hab ich ja nicht gerechnet. Oh ja, ich hab den Job gewechselt. Und wie läuft es so? Die Kohle passt, nur die Arbeitszeiten sind komisch. Das kannst du laut sagen. Weiß ich, weil ich das letzte Mal die Sonne gesehen hab. Tja, manchmal muss ein Mann eine Entscheidung treffen. Ja, vermutlich. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin dir nur ohne zufrieden. Ich war 16 Jahre lang im Kongress abgeauftragt. 12 Jahre lang ihr Sinatra. Die letzten vier Jahre war es mir eine Ehre, den Präsidenten anz-innen-Minister zu nehmen. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart. Und ich sage Ihnen, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde, ist meine Stimme, die ich abgeben werde. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimmung je an dem Jährigenchl també hi courts quierepe sömer. Wies Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Genau, genau, wir kümmern uns drum. Nein, nein, kein Problem. Hey Schatz, ich bin in Position über der Blues-Party, der Blues-Ouster war. Genau, genau, wir kümmern uns drum. Nein, nein, kein Problem. Diamanten, genau, wie versprochen, wir haben eine ganze Kiste voll Diamanten. Hey Schatz, ich bin in Position über der Blues-Party, der Blues-Ouster war. Aber ich glaube, wir kümmern uns drum. Ich bin in der Matino-Fieler-Bar, Schatz. Oh Gott, ich bin in Podium-Allege und Podium-Res응ung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Vögelchen, was hast du denn unter deinen Federn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey Vögelchen, was hast du denn unter deinen Federn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey Vögelchen, was hast du denn unter deinen Federn? Hey Vögelchen, was hast du denn untertitelt? Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung Hey Vögelchen, was hast du denn untertitelt? Bitte hast du mir heute Abend ein Liedchen. Ich bin beim Rock's Choice, Schatten. Zieh Leine, Codec! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey Vögelchen, was hast du denn unter deinen Federn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bitte hast du mir heute Abend ein Liedchen? Ich bin beim Rock's Choice, Schatz. Besser den Spatz in der Hand als die Teube auf dem Dach, Schatz. Schatz, 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 Schatz. Ich kann's kaum erwarten, dich wieder im Nest zu haben, Vögelchen. Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung. Schatz, 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 Schatz. Schatz, 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 Schatz. Schatz, 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 Schatz. Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung. Schatz, 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 Schatz. Schatz, 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 Schatz. Schatz, 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 Sch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, Vögelchen, was hast du denn untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gebe dem Begriff Schmutzfink, ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung Ich gebe dem Begriff Schmutzfink eine ganz neue Bedeutung Untertitelung des ZDF, 2020